Hallo meine Lieben, heute gibt es ein kurzes Video über eine faszinierende Entdeckung der NASA, die ich gerne mit euch teilen möchte. Denn diese hat jetzt bei Ballonmessungen in der Antarktis energiereiche Partikel entdeckt, die laut den Forschern nur einen Rückschluss zulassen. Es gibt ein Paralleluniversum, in dem die Zeit rückwärts läuft. Doch was lässt die Forscher zu diesem Schluss kommen? Das schauen wir uns jetzt an. Doch bevor es weitergeht, möchte ich dich um ein Abo und ein Like bitten. Dann aktiviere die Glocke, wenn du keine spannenden Videos mehr verpassen möchtest. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß! Der Wissenschaftler Peter Gorham von der University of Hawaii und seine Kollegen von der NASA kamen zu dem Schluss eines rückläufigen Paralleluniversums nach der Auswertung mehrerer Messungen in der letzten Zeit. Das Team sammelte in der Antarktis zahlreiche Daten durch mit Antennen ausgerüsteten Ballons. Die kalte, klare Luft und das Fehlen von Zivilisation ermöglichten es, mit dem hoch- und weitfliegenden Detektor ohne Hintergrundrauschen sehr genaue Messungen vorzunehmen. Das Team geriet während der Auswertung ihrer Messungen immer mehr in Staunen, denn ihre Auswertungen zeigten Daten, die einfach nicht stimmen konnten. Auf der Suche nach Partikeln aus dem Universum dachten die Forscher nach der zweiten Ballonfahrt noch, die Signale seien einfach nur akustische Störgeräusche. Nach der dritten Fahrt werteten sie die ersten Daten erneut aus und alle kamen zum gleichen Ergebnis. Sie hatten beim Urknall entstandene energiereiche Partikel aufgezeichnet. Diese trafen aber nicht vom All aus auf die Erde, sondern wurden dort ausgelöst und gingen den entgegengesetzten Weg. Weil aufgrund dessen alle anderen naturwissenschaftlichen Erklärungsversuche einfach nicht mehr passen, kommen die Forscher zu dem Schluss, dass ein Paralleluniversum existieren muss, das sich nach dem Urknall in die andere Richtung entwickelt hat. In ihm sei alles negativ, unter anderem auch die Zeit, die sich rückläufig zu unserem Universum bewegt. Eine wirklich faszinierende Entdeckung, wie ich finde. Was meint ihr? Schreibt mir in die Kommentare. Ich freue mich schon auf eure Sicht der Dinge. Na dann, bis dann!